Nie drängte die Zeit stärker als jetzt. Wir haben eine Klimakatastrophe, was die Menschen generationsübergreifend bewegt. Mein Name ist Karl-Ulrich Scheible, ich bin Veranstalter einer Reihe, die heißt Energievisionen, wo ich diese Themen aufgreife und Lösungen vorstelle. Zum Beispiel mit Professor Dr. Giso Hahn, der Chef der Photovoltaikabteilung an der Uni Konstanz. Ich freue mich immer, wenn letztlich die Möglichkeit besteht, die interessierte Öffentlichkeit zu informieren. Über neueste Entwicklungen, über den aktuellen Status quo, gerade in so einem dynamischen Forschungsgebiet wie der Photovoltaik, die ja auch immer mehr in den täglichen Fokus des täglichen Lebens rückt und damit natürlich ins Interesse der normalen, in Anführungszeichen, Bevölkerung kommt. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu mir in die Veranstaltung kommen würden, zum Beispiel jetzt gleich am Donnerstag in den Energiewürfeln um 19.30 Uhr. Da spricht Gordon Appel von den Stadtwerken Konstanz über die strategische Wärmenetzplanung für Konstanz.